Berichten zufolge nutzt Meghan Markle die Fotokrise von Prinzessin Kessrin, um das Image Großbritanniens wiederherzustellen. Seit sie sich im Januar einer Bauchoperation unterzogen hat, steht ihr Aufenthaltsort unter Beobachtung. Sie geriet kürzlich in Schwierigkeiten, nachdem sie angeblich ein Foto mit Kindern bearbeitet hatte, das anlässlich des britischen Muttertags in den sozialen Medien gepostet wurde. Im Gespräch mit dem Myra sagte der königliche Experte Tom Quinn, dass Meghan Markle die aktuelle Krise in der königlichen Familie nutzte, um sich in den guten Büchern hochzuarbeiten. Im Kensington Palace herrscht das Gefühl, dass, wenn Meghans Versuche, einen Olivenzweig zu verlängern, begrüßt werden, dies nur alte Wunden wieder aufreißen wird. Er fügte hinzu, Meghan Markle und Prinz Harry haben ein neues BR-Team eingestellt. Sie haben eine neue Website und einen dazugehörigen Podcast gestartet. Der neue BR-Blitz könnte jedoch nach hinten losgehen. Royal Autor Phil Dampier schrieb in der Daily Mail, die jüngsten Auftritte sind eindeutig Teil einer BR-Aktion, aber ich bin mir nicht sicher, ob das auf lange Sicht für sie funktioniert. Wir müssen sowohl kommerziell als auch wirtschaftlich einige Kernthemen angehen und Gutes tun und uns auf diese konzentrieren. Es besteht kein Zweifel, dass Harry und Meghan ihr Image verbessern müssen, und ihre BR-Leute scheinen derzeit Überstunden zu machen. Ihre Popularität sinkt sowohl in den USA als auch im Vereinigten Königreich, und sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass es für sie ein harter Kampf ist, den Respekt und das Vertrauen sowohl der königlichen Familie als auch der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Er fügte hinzu, sie rücken jetzt weiterhin die Opfergeschichte in den Vordergrund und manipulieren die Medien, um Prinzessin Catherine anzugreifen. Kürzlich hieß es, auf Fotos der Prinzessin seien Spuren von Meghan im Hintergrund zu sehen, aber unglücklicherweise wurden Meghans Fotos auch als mit Photoshop bearbeitet entlarvt, was sie dazu veranlasste, ihre Komplizin Misan zu bitten, sich zu ihrer Verteidigung zu äußern. Oprah, die Meghan in ihrem Interview die Gelegenheit gab, die königliche Familie anzugreifen, unternahm in dieser Angelegenheit ebenfalls gerade einen überraschenden Schritt. Auf Oprahs täglichem Instagram-Konto postet sie Unterstützung für Misan, als diese leugnete, die Fotos von Meghan und Harry bearbeitet zu haben. Sie schrieb auf Instagram, Misan Hamann, eine Fotografin und langjährige Freundin von Meghan Markle und Prinz Harry, lässt sich nicht in das Rohfotoshop-Drama hinanziehen. Nachdem in einem Artikel behauptet wurde, er habe bei der Schwangerschaftsankündigung des Herzogs und der Herzogin von Sussex im Jahr 2021 Photoshop verwendet, stellt er die Sache klar, indem er das Originalfoto veröffentlicht. Tippen Sie auf den Link in unserer Biografie, um seine Antwort zu erhalten. Derzeit hat Oprah jedoch den Beitrag zu Hamanns Foto gelöscht. Harry und seine Frau ist die Hitze zu spüren. Sie fordern nun Gefälligkeiten ein, um hoffentlich abzulenken. Viele Menschen hörten auf, Oprah zu folgen, Jahre bevor Meghan auf dem Radar erschien. Sie befindet sich auf der abnehmenden Seite ihres Rooms. Nach dem Oprah-Interview ist sie völlig schamlos und registriert sich nicht einmal als faire und unparteiische Journaliste. Oprah ist eine opportunistische Hackerin, engagiert im Drama-Queen-Modus. Die Zeit, sich über diese Anschuldigungen aufzuregen, ist längst vorbei, und es gibt genug Ungereimtheiten bei diesem Foto, die der genauen Prüfung, die das süße Bild der armen Kessrin durchgemacht hat, nicht standhalten. Wenn Misan ein Drama vermeiden wollte, hätte er außerdem das angebliche Originalfotter anstelle des dramatischen Twitter-Beitrags veröffentlichen sollen, die daraufhin deutet, dass der Interviewer von BBC Radio, jemand namens Bertly, irgendwie hinterhältig war. Warum hat er versucht, sich zurückzuziehen? Es war die Ausrede der britischen Presse, wie Harry. Anstatt das Originalfoto zu posten, möchte er Opfer sein, so wie es die Sussexes tun.